So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, keine Ahnung was wir heute machen, ganz kurz hier meine, so, ähm, so Leute, wir haben jetzt, äh, 11.17 Uhr und Vlogtime ist jetzt. Sagen, grüßchen. Boah, ey, was esse ich denn heute? Was esse ich denn heute? Keine Ahnung. Mann, wieso? So faul, wie ich noch bin. Was machst du einfach? Eine Toastscheibe, holländischen Honig. So, mit Toast. Kann man das sehen? Ne, scherz drauf. So. So, das war. Und jetzt. So mache ich immer morgens mein Essen mit Honig. Ja, nicht immer. Aber öfters, wenn meine Eltern noch pennen. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass, wenn der Honig hier so an der Seite so lang läuft, habt ihr auch das Gefühl, ähm, der ist außerhalb von der Packung. Hatte ich nämlich gerade auch. Das hab ich nämlich sehr oft. Scheißegal, so. Fertig. Essen wird geschlabuliert, da. Wirklich stecker. Ähm. Oh. Scheiße. Oh Gott, ähm. Ich hab gerade mich verschluckt. Das kann ja mal passieren. Hm. Bombenessen. Was isst ihr eigentlich immer morgens zum Frühstück? Was isst ihr eigentlich morgens so zum Frühstück? Ich esse größer als eigentlich immer Vrepp. Was an der Stelle ist so. Honig. Na. Wir sind und, ne. Wir sehen uns später, ne? Ciao, ciao, Leute. Lecker. Alfa nur lecker. Alfa nur lecker. Ja. Okay. Eine wasche ist am Start, oder? Ja. Mein Junge, dreh dich nicht. Mein Junge, dreh dich nicht. Ähm. Wo? Und das nächste. Ja. Wollte. Als nächstes wollte ich das dann mit euch mal ein bisschen machen. Wo ich aber gar keinen Bock drauf hab. Mal ganz kurz was gucken, Leute. Wollte. Nice. Kennt ihr das noch? Ich dürfte das Gesicht nicht sehen. So. Ich hoffe, ihr geht das scheiß drauf. Ähm. So. Okay. Okay. Wir werden jetzt etwas machen, wo ich null Bock drauf hab, aber wir machen es jetzt. So. Ich mache ja so eine Pose. Nee. Okay. Ich mache jetzt mein Style. Was ist das? Was ist das? Mal ganz kurz küschen. So. Schon viel besser. Aber wenn ich mit dem Kopf drüber gehe, ne? Aber mit der Hand. Ja doch. Ein bisschen. Hm. Was ist das denn? Das mache ich mir später. Ähm. Ich wollte mal was gucken. Und zwar habe ich ja eine Spur gefunden, über Asswürfel. Geht ihr bestimmt. Ich hasse. Ähm. Ich kann es ja leider jetzt nicht spielen, weil, ähm. Dings. Weil ich habe keinen Bock jetzt auf Eiswürfel zu verbrauchen. Um die Anleitung zu lesen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, wenn ihr mein Name, 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 Name sehen wollt. Meine Bilder. Ich habe nämlich Künstler. Ihr kennt doch noch meine alten FNAF-Videos, ne? Ich habe ein paar Animatronics gemalt. Das ist zum Beispiel das Phantom Mangle. Mal ganz kurz Licht an, dann sieht man noch was. Oh, das ist Phantom Mangle. Okay. Oder? Die Puppet, also die Marionette. Oh, wie der Best-Vlogger der ist. Toll, Fradi. Der schläft. Und Mangel. Ein normal Mangel. Kann man das sehen? Ja. Okay. By the way, ich gucke heute mal, dass ich nichts mache. Hey, mir fällt im Moment halt nichts ein. Nichts fällt mir im Moment ein. Ganz kurz. Also, ihr könnt ja mit aus dem Fenster gucken. Wenn ihr so was sehen könnt, wenn ihr was sehen könnt, gebt ein Like. Danke. Guck jetzt auch, was ein Fenster. Ja, scheiße. Ah ja, da ist ein Auto. Ach, ich wollte euch ja noch was zeigen. By the way. 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 Ich mache mir im nächsten Video, okay? Ciao, Leute. Irre. Ey, jetzt nehme euch noch.